Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Wir befinden uns heute mal in einer Runde Smash Minecraft Und mit dabei, äh ich bin nicht alleine, ich bin nicht alleine Mit dabei ist der, das Drachenblut Sehr genial Wir haben nur ein kleines Problemchen Er heißt heute Mysterious Freak Weil er noch mit seinem, boah, weil der andere Count noch gebannt ist Grund will ich jetzt nicht nennen, das hat er ja schon gesagt im letzten Video Einmal reicht jetzt auch Aber ich bin wieder freigestellt Kann ich vernünftig spielen Naja, ähm, ich bin nicht gebannt Lass mich in Ruhe Geh weg Geh weg, geh weg Ich hasse dich Zwei mal der gleiche Tod und ich bin nicht immer fertig mit meiner Anmut Ich glaub, erklären brauch ich das auch nicht Guck dann einfach schnell die ersten Minuten vom letzten Video Oder direkt das ganze Video Oder das Da sind ein paar, äh, bisschen Lustige Lachen drin Ich hab auch dieses Pack hier ein bisschen erklärt Äh, dieses Pack Dieses Resource Pack ein bisschen erklärt Und ja Ja Aber wir machen jetzt mal hier weiter Wenn's Itemfragen gibt, einfach in die Kommentare schreiben Da erklär ich nochmal alles In einem extra Video Na, äh, äh Äh, äh Pau Ah, ein Flug Au, au Au Ich bin der Brüto Gegen die Säcke geworfen Achah Ich hab die Pilze zu püren Hast du grad wirklich jetzt schon mehr Prozent als ich Ja Scheinbar Wo bist du? Ach, schade hier gibt's keine Druckplatte Hättest du gerne jetzt benutzen dich Es ist schön mit Trinken vollstes fan Cannot It's me It's me Mario It's me Mario Mario Das sind Chinesen Die kopieren alles Mario Nicht Period It's me Was ist los mit uns? Meine Fire Flower Ach come on Der kann doch nicht sein Hey du hast drei Leben Beschwer dich nicht Ich beschwere mir So sehr Warum kann ich kein Doublejob machen Ach jetzt kann ich Au Geh Geh in die Wand Geh in die Wand Du merkst My English is very very Gut Gut Hast du dich gerade wirklich das englische Wort Doch doch alles gut It's good Alles gut Ich bin momentan ein bisschen im Im Denglish Fieber Aua Hä warum muss der denn schaden Aua Damit ich es besser treffen kann Au ich hab 250% Lass mich in Ruhe Ah ja stimmt Bist du gerade Ich trank nie Bitte was ist los Ach kann alles Scheiß Loch Der rennt mir jetzt ewig hinterher Wir hätten Wir hätten das jetzt so Was ist los Wo bist du Ne jetzt mal wirklich Wo bist du Ich bin hier an der Seite Scheiß Warte mal wo bist du Aber ich schlag dich nicht Ich schwör's dir Ja Ach da Da Geh mal in die Ecke Geh mal in die Ecke Und Bleib mal bitte in der Ecke Wo bist du Bist du immer noch in der gleichen Ecke wie vorher Ne Bist weggegangen Geh nochmal hier raus Zu mir Au Hilfe Ich schwör ich schlag dich nicht Wenn du mich nicht schlägst Toll jetzt hast du Jetzt hast du den Effekt kaputt gemacht Ich mag dich nicht Oh Das war klapp Oh Gigi Jetzt hast du den Effekt kaputt gemacht Was für ein Effekt Ich wollte mich um die Ecke sneaken Und dann gucken wie es aussieht Hat wohl nicht geklappt hier Wer war denn hier noch für tolle Sachen Gut Also Well Da ist ein mysteriös Freak Ich bin ein Freak Du hattest nur 2% als du mich gekillt hast Ich muss dir jetzt wieder die Namen angucken Die sind immer übelst geil Welche Namen? Herr Tornado Mondschnecke Uh 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 So ein Double Jump braucht 10 Sekunden zum Chargen Hast du es jetzt gezählt oder was? Ja ich hab die ich hab den ich hab ein Smash genau bei äh 10 Sekunden losgelassen Nicht furcht sondern smash Hey Kommst du jetzt auf Furcht? Weiß ich nicht Wegen losgelassen So Hier die Explosion Oh Die kam jetzt nicht richtig gut in die Kamera Schade Oh Boah Das leckt wieder Man kann wieder hier so Scheiß fliegen Man Au Au Hättest grad wirklich in meine Mine geraten Als ich Unterherren wollte Ja Ich wollte ein Ausweichmanöver machen Da hat es nicht so ganz geklappt Geh da Ah Jetzt wirft er mich in meine eigene Frack Boah Hab ich Glück Komm noch rüber wenn du dich traust Au Bist du jetzt wirklich schnell eingestorben? Ich bin weg Weg ist er Geh weg Geh sterben Junge Hey das Au Nein ich hab's fast überlebt Ach ich hab's auch nicht überlebt Haha Ist ja auch früh aufgefallen Ach ich hab's auch nicht überlebt Nee 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 aber ich war nur grad vor Au Das war die schlechteste Runde der Welt Ich spring einfach mal hinterher Ähm Wurz du auch gekippt? Am ersten Du wurdest gekickt ne? Besser wurdest du gekickt? Weiß ich nicht Ich wurde irgendwie aus der Runde rausgeworfen Beziehungsweise aus dem Server Ich geh nochmal rein Wir sind doch 07 ne? Äh ja Waren wir unten drin ja ne? Äh Ja Ich komm Aber ich glaub ich hab die Türen jetzt zugemacht Die müssen auch offen nicht sein Auch wenn die Vollidioten die zugemacht haben Dann ist sie zu Siehst du Warte ich komm rein Alles gut Der Trick ist einfach diese ganzen Schalter hier umzulegen Und hoffen wenn das mal aufgeht Nee nicht hoffen Einfach nur alle Schalter umlegen Außer den Der muss Der muss Der muss so bleiben Und den dann noch Eigentlich Hat es geklappt? Miguel Pablos Oma Partisanamisch Komm mir nicht So jetzt Hä? Pfff Wie sind sie denn jetzt an und wie sind sie aus? Ah Oh On 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 Genau Da muss das Kästchen off Das on Was ist denn los? Heftes Heftes Video ist es jetzt gleich schon erreicht Heftes Video ist jetzt nur da Steht nur da aus Wir versuchen es diese scheiß Tüge zu öffnen Okay Ein Rätselspiel Ich bin grad zu blöd Um diesen Code wieder in Erinnerung zu rufen Ach komm ich geh raus dann komm wir in der andere Ja Das wär Wir gehen hier einfach in dieser in diese Hauptrunde im Keller okay? Okay komm Ah okay Ist oder ist da schon jemand dran? Nö Wir könnten ja auch mit anderen mal machen Auch witzig Ah Lieber nicht Alleine können wir uns immer noch am Arsch lachen Kann man auch mit anderen Okay mach einfach zufällig Pornos sind Tock Oh Okay Mach einfach zufällig Mach Augen zu Wo wir da raus sind und dann Kathedrale Die größte Map Ach du Scheiße Oder Ich hab wirklich die Augen zugemacht Ja Ich bin mit der Maus rübergegangen und hab die Augen zugemacht Das hat nix gebracht Das hat nix gebracht Das hat nix gebracht Das hat nix gebracht Das hat nix gemacht Ich weiß nicht Ist glaub ich eines der größten Maps hier Ja Mit Reindeer Games Ja Reindeer Games Da gibt's auch noch irgendwie ne Kirsch oder so Church Weiß was Die ist auch gigantisch Ah ja stimmt So wir haben viel Glück Und auf das wir uns Hoffentlich runterschlagen können Das sind jetzt glaub ich drei Leben zu viel Bei dieser Map Ja zwei würden Ja zwei würden Ja wir sind schon halt Hungerbalken verloren Das ist ne Hungerbalken verloren lol Ich auch Weiß warum Damit man nicht regeneriert Hä kann man Hä dafür muss man zwei verlieren Ne hier ist anscheinend das Plangeln drin dass man nur einen halben braucht Dann hätten sie es auch so So umschreiben können Dass man voll bleiben kann Ja Theoretisch Ja Das ist jetzt irgendwie Nein Ich hätte fast geschafft Aber im Grunde Egal wo bist du da bist du Ich konnte dich grad nicht sehen Ey guck mal das mach ich jetzt spuckt dich schon Hey es leckt Ich wollte es Ich wollte gerade so Umlenken Es ist schön auf dein Gesicht Hey Schmutschnecke immer noch drin Ja und auch noch Miguel Pablo's Oma Du bist ganz schön zu sehen Ich komme nicht Wieso denn das ist Miguel Pablo's Oma Oh da kommt doch Ja Danke dass du mich geschlagen hast Also ich konnte ich noch auf Das war dämlich Wer kann jetzt Ja ich kann eh wieder zuerst Das ist wahrscheinlich süß Au Ich mag das nicht Lass das ich hasse das Oh Das kleine Bergsteiger jetzt Au Es hat doch gecharged Klappt nicht Äh lol Schade Au Ja Ich will einen Bogen haben Dann spamm ich dich wieder weg Ja Ich hab dich aber auch richtig weggenutzt Ich hab dich aber auch richtig weggenutzt Hm Geh weg Ich mach dich nicht Oh lol Der Giant ist richtig fett explodiert Mach Ach Geht noch Nein ich kann die Stabelscham Oh Dann bin ich select grad wieder Ja aber richtig ne Au Ich hab die Brot zerlegt wegen dir Och das geht doch nicht Wir müssen gleich wieder arme kleine Kinder Aufarbeiten Oh geil Au Warum konnte ich denn jetzt da nicht hoch Miguel Pablo's Oma joint The game Bei uns? Keine Ahnung Oh ich bin in meine eigene Frack Frack doch Au Wow Hätt die runterfallen können Lol Hast du das gesehen? Ja Okay das war das dümmste und unnötigste Tod der Welt Also wir sind auch schon einfach runter gesprungen Das gibt es auch Ja okay Boah der Server lecker aber verdammt ich kann nicht chargen Ja ich Ja das Keine Ahnung Der Server ist Im Arsch Ja Mega Im Arsch Entschuldigung da bin ich grad ans Mikro gekommen So jetzt kann ich nur noch Normal jump run Jumbranen Oh Ich meine Elvis stehen bist du da Ah danke jetzt kann ich wieder double jumpen Jetzt nicht mehr Jetzt kann ich wieder Ha noch dran vorbei Was du bist nicht reingeflogen? Ja ich war direkt hinter dir was willst du von mir Ah Nein Oh ich hab Hey lol wo bin ich denn gesporen zu laden Siehst du mich? Ach ich bin schon wieder aus zu einer ins Ach da oben Wow was war das denn Hey ich hab doch gar nicht gedappelt Was soll die Kacke Was soll die Kacke Oh lol wie bist du hier drauf gekommen Ähm indem ich Ein bisschen gesprungen bin Wie geht's springen? Also du musst deine Beine anwinkeln Und dich dann mit aller Kraft abstoßen Anwinkelern? Anwinkelern Uh anwinkelern Geil Geil Oh nein Hör auf mit diesem Wind Oh scheiße Geil Geil Ich Wow Au Hä? Ich wollte dich eigentlich her Dankeschön Puuu Flatsch Oh man Au Er rett noch dort Ich hab vergessen dass man hier trotzdem Feuerschaden kriegt Ich mag das nicht ich hab kein Das ist unfair Keine Ahnung ich konnte es die ganze Zeit Ich bin aber auch keinmal gestorben Ich bin aber auch keinmal gestorben Der Jacques da Ich drehe ich mich als nächstes Mal mehr an So Ich würd mal sagen wir wechsel mal die Map ne Mir ist grad aufgefallen dass ich mich aufnehme Oh Sehr gut Ja das Programm hab ich eben aus für sie geschlossen Egal Dann nehme ich eben jetzt mal nicht mit auf Okay Wo bist du? Bist du Queed Match gegangen? Ich bin Queed Matcher Äh hier dann Geht schneller Ich hasse was ich kann der eh nicht hier hoch Warum das ist das einfachste was es gibt Einfacher sind noch die Tafeln nach unten Ja ok Ja geht doch Och man Und? Ach wieder die gleiche raus Sio Dann kann er jetzt Siss sein Au Super jetzt hab ich's gesmashed Jetzt muss ich erstmal warten Vielleicht schaffst es ja eh Ich zeige noch Hast es geschafft? Und was hab ich? Ja gut Research Lab Bitte was? Research Lab Research 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 Okay Dann ist es jetzt aber auch die letzte Runde ne? Jupp Dann machen wir auf Schluss Aber wir bleiben auf meinem Partner ok Hast du mich beschlagen? Ich hab 60% Hä? Hä? Ich bin Gott Wie hast du das gemacht? Hä? Ich bin Gott Ich krieg Schaden Ich bin Gott Ich kann alles Hä? Das ist jetzt nicht fair Au Ich schade es aber nicht Oh ok Es geht Achso Oh na die Lecks werden wirklich immer schlimmer Oh na die Lecks werden wirklich immer schlimmer Also liegt's am Server Jupp nicht an mir Ok Ne nicht an mir und auch nicht an dir Au ich bin grad durch die Decke gepackt Pfff Das muss doch weh tun Mit dem Hals durch die Decke hängen So Na ja besser als ne Schlinge Weißt du nicht ob es das mal besser ist? Wie bei Supernatural Vampir töten Weißt du noch? Äh Weißt du wie viele Vampire es dort gibt? Ja Ne ich mein das aber mit äh Gordon Der einfach nur aus Hass Vampire tötet Ach du hast es schon angefangen Ja natürlich Ich bin schon fertig mit der Achso ne mit der zweiten Mal zu ja Aber ich will jetzt hier nicht weiter spoilern Falls es wir nicht gucken Also Direkt meine Empfehlung Guckt euch Supernatural an Beste Serie ever Ah würde ich jetzt nicht sagen Ich finde Arrow besser aber Man kann sie gucken Man kann sie sehr gut gucken Das ist wahr Ich hab grad was gegen Staffel 5 Gegen Staffel 4 Ich möchte jetzt nicht spoilern was in Staffel 4 Achso weil die ja alle weg sind ne? Ja jetzt spoilern du Ja halt das bisschen Ich sag ja nicht wer alles weg ist Ja aber was dann noch Schlägt der mich ich glaub es hackt Hackfleisch Jetzt schlägt der wieder mit seinen Stichmomenten an Häh lol Ich hatte Glück das jetzt der Ich mag dich nicht Hab ich das schon gesagt? Ähm Warum nehm ich überhaupt mit dir Smash auf? Du gewinnst doch sowieso Hä Hä ich Du doch mal gewonnen. Ja, wow. 1 zu 8. Geht du? Du mich auch. Du kannst ja gerne gleich mal mit anderen Leuten holen und mit dem Team. Nö. Hat er gedenkt. Guck mal, ich hab Timer drin. Ich hab Zucker. Zuckerschock. Lol, jetzt hängst du hier erstmal ein bisschen in der Luft. Ja, war leck. Immerhin, hab ich dich getroffen? Du Arschgesicht. Hast gewonnen. Okay, dann GG schon mal. Und Freunde, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben. Da würde mich riesig freuen. Wenn ihr ab jetzt nichts mehr verpassen wollt, jetzt geht's wirklich wieder los, dann lasst doch auch gerne ein Abo da und dann wünsche ich euch noch einen guten Tag, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. und bis bald. Tschüss.